Mein Name ist Maximilian von der Grünen. Ich bin seit November 2016 an der AfD Stuttgart und zuvor habe ich Maschinenbau in der TU Darmstadt studiert. Ich arbeite an dem Forschungsprojekt MINISITIS. Das ist ein Promotionskolleg aus zwölf Studenten in Kooperation mit der Universität Stuttgart und der Hochschule Hesslingen. Besonders toll an diesem MINISITIS Projekt finde ich auch die Nachhaltigkeit, denn es geht auch darum den Strom zu erzeugen, da wo er verbraucht wird und dafür die Grundlage zu schaffen und auch die Forschung und Entwicklung dazu, finde ich sehr interessant. Der Vorteil an einem Promotionskolleg zu promovieren ist das große Netzwerk, auch seitens der Professoren, auch unter den Doktoranden unter sich. Man kann sich oft austauschen, weil es eben auch von anderen Fachgebieten kommen, kommen auch wieder andere Ideen, an die wir vorher nicht gedacht haben, weil man ist ja schon immer so recht eingefahren auf die Schiene und das ist schon ein großer Vorteil. In meinem Thema geht es darum, um die Strömungssimulation innerhalb von gebauten Gebieten, da geht es darum um die Entwicklung und die Konstruktion von Kleinwindkraftanlagen zu simulieren und eventuell dann auch geeignete Positionen aufzustellen. Besonders Spaß an meinem Fachgebiet macht mir die Anwendung oder die konkrete Entwicklung dann. Sieht ihr auch dann das fertige Produkt oder das konstruierte Produkt dann auf den Dächern und in der realen Umgebung und das motiviert einen und schon wieder weiterzuarbeiten. Besonders toll für Promovierende finde ich das interdisziplinäre Umfeld und auch das internationale Umfeld und die beidseitige Betreuung seitens der Hochschule und der Universität und auch die Nähe zu den Professoren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.